Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Level Look At. Wir schauen uns heute Steam Hammer an. Der liebe Entwickler hat uns zwei Keys zur Verfügung gestellt. Heute mal nicht mit dem Flash Pinguin, denn es ist ein Open World Survival Game. Und da der Dersa sowas lieber mag, ist er heute mit uns dabei. Und wir sind mal auf einem Random Server gejoined, also es ist Custom Server Based, der Dedicated Server Based. Das heißt, Spieler müssen selber hosten. Es gibt zumindest, glaube ich, noch keine eigenen Dev-Server, also welche, die vom Entwickler selber gehostet werden, glaube ich. Außer einen mit Passwortgeschützten zum selber testen. Die anderen waren alle Hyping. Wir haben jetzt einen gefunden, der einigermaßen okay aussah als einer drauf war. Wer weiß, wenn wir beide jetzt joinen, ob der das auch aussieht, weil das halt normale Spieler sind, die hosten. Wir sind einfach gejoined jetzt direkt in die Charaktererstellung gekommen, also man hat auf jedem Server einen eigenen Charakter wie bei Daisy. Und wir erstellen uns den. Okay, Kopf an die Stellung jetzt in Kopf und kein Kopf. Was hast du denn für eine Fraktion genommen? Nehm, nicht die, versuch mal die Akribians und versuch mal die Kopf umzustellen, bitte. Akribians und dann Kopf. Warte, wenn dir dann noch einen Schöpf, dann ist einfach gar nichts mehr. Äh, ja. Okay, dann sollten wir vielleicht die Dev-Graden öffnen. Sieht zwar nicht super gesund aus, aber... Also in der Industrialisierung sahen die auch nicht alle so gesund aus. Okay, okay, ich glaube, ich bin jetzt in der Zentrale raus. Cool. Oh, das war die Frisur. Oh. Ich kann mal aufhören sich jemand mit dem Kopf so drehen, ich sehe nicht meinen Schnurrbart. Attribute. Wo braucht man denn? Wie kann man die überhaupt verteilen? 15, ok. 5 in Stärke, 4 in Agilität, dann habe ich noch 6, 3 in Constitution, 3 in Intellekt und eine will noch. Crafting, was gibt es denn hier? Bilder, Alchemist? Ich habe bestimmt auch ein Attributen nicht mehr. Nee. Metallurgist, bestimmt so einer der Erze schmelzen kann oder so. Farmer, Blacksmith, Waffenschmieden oder so, Ingenieur, Alchemist und Bilder. So, was hast du gescannt? Bei Crafting oder bei Attributen? Bei Attributen. Ich habe 5 in Stärke, also ich habe 17, 15, 14, 13, 15. Ok, dann mache ich mal den Intellekt ein bisschen an. Also ich habe noch einen vergessen, genau. Und hier, also wie viel kann man denn hier verteilen? 30 Punkte in Crafting, ok. Ich glaube, dann maxe ich mal Metallurgist. Ok. Und, was willst du denn sein? Ja, einer sollte, glaube ich, Bilder und einer Farmer machen, auf jeden Fall. Ich denke, das wäre richtig. Ja, theoretisch können wir alles maxen. Man kann 3 maxen. Achso. Ja. Wir wählen aber immer abwechselnd. Ich habe Metallurgist, jetzt bist du dran. Ok, dann nehme ich mal Rechnie. Ok, dann nehme ich Ingenieur. Dann nehme ich noch den Bilder. Dann nehme ich den Schmied, dann passt das. Dann bist du, wenn ich alles was mit Bauern zu tun habe, also mit Metall und du alles andere. Ja, ok. Ok, Combat. Was gibt's da denn? Handguns? Tesla Handguns? Oh. X? Ah. Die Frage, braucht man eine X? Ist das jetzt nur Combat oder braucht man das auch, wenn ich irgendwie Holz fällen will? Es gibt nur Combat, es gibt's da. Aber dann gibt's da auch Piloting. Piloting ist interessant, ja. Aber wie viele Punkte hat man denn hier? 10, 30, 3, nicht. Okay, wieder 30 Punkte, also kann man praktisch wieder 3 Sachen max. Oder halt überall ein bisschen rein. Äh. Das ist ein stärkiges Kind, ne? Dann solltest du vielleicht irgendwas mit Medi machen. Meinst du? Ja, halt wirklich. Gut, dann nehme ich X und Sword. Und... Piloting. Obwohl, so ein bisschen eine Hand kann, sollte ich vielleicht. Also wir machen beide Piloting. Dann nehme ich halt... Hex und kein Sword. Und dafür noch eine... ...Tesla-Gun. Dafür machen wir die Tesla-Gun. Oder meinten die Handgun. Und dafür die Sword-Master. Oder andere Hand. Und dann... ...sehen wir uns nach der Langladezeit. Ah ja, ich auch gleich. Wir werden wieder in der Mitte gespawnt. Nur leider geht das nicht, weil das ja den Fokus verliert. Ich schwimme jetzt mal in dem Wasserraum. Erinnert mich ein bisschen an Arch-Age. Da war ich auch mal im Knast und hatte so Knast-Klamotten. So, das Spiel war cool. Wenn das nicht so ein Kack für du Playmodell bekommst. Das stimmt. Weil eigentlich mochte ich das Spiel. So, okay. Äh... Kann man die Partys gründen oder sowas? Wahrscheinlich nur nicht. Der ist ja... Der kann ich nur dein Profil öffnen. Aber... Einladen kann ich dich nicht. Okay. Siehst du denn, wo du bist auf der Karte, wenn du M drückst? Das Problem ist, meine Push-Dock-Taste macht grad immer ein Menü auf und ich sehe aber in der Tasten-Lego nicht welche. Sowas liebe ich. Sowas habe ich immer bei EA-Spielen. So Plants vs. Zombies oder so. Da habe ich das immer. Ich bin auf der südlichen Insel ganz links oben. Ja, dann schwimm mal auf die nördliche rüber. Ich bin auf der nördlichen ganz links unten. Okay. Okay. So, was kann man hier überhaupt machen? Ist denn hier eins? Eins ist irgendwie Fighting-Stars. Kann man hier angucken? Äh... Ich ande gerade eine Pflanze und suche nach... Twelve vom Left-Waste. Twelve vom Left-Back. Flieh. Servendor. Lastzahle. Teleport. Und West. Sind hier noch... Das ist... Sortieren wahrscheinlich. Ja, das habe ich schon geguckt. Das ist wie man interagiert. Ich habe es ja schon einmal kurz getestet. Mit Tab machst du Maus an oder aus. Es gibt also... Zwei Modi. Also falls du irgendwann nichts mehr machen kannst, drück einmal Tab. Oh, ich habe gerade draufgegeben. Na, wenn du Rechtsklick gedrückt hättest, dann siehst du halt erstmal, wie ich das Bild du anvisiert hast. Und dann... Kannst du gucken, was du da machen kannst. Ja, du musst nochmal die Taste. Okay. Das habe ich auch schon getestet. Okay. Ja, musst du vielleicht kurz warten und dann nochmal die Taste. Was ich noch nicht gecheckt habe, ist dieses Prospect for Copper. Das habe ich gestern gemacht. Dann sagt er dir, er findet ein bisschen Kupfer. Ach so. Aber dann habe ich trotzdem nicht gewusst, was mir das sagt. Warte, man hat nur eine Listerung, oder? Äh... Oha. Ich bin hier am Strand. Hier kann ich glaube ich auch nicht drauf gehen. Okay, man hat quasi eine Listerung. Das ist auch zum Glück so schön hell hier. Kann ich hier was machen, wo der Stein ist? Da muss ich in die richtige Richtung. So ein Tunnel-Diggen. Oh, man braucht eine Machete zum Tunnel bauen. Das ergibt Sinn. Oh, ich habe gerade meine Hände ausgerissen. Hier ist doch Gras, hier kann ich bestimmt sein. Ist das Wasser? Farmer. So, wenn du Rechtsklick machst und dann auf einem nochmal Rechtsklick, dann wird das zu deiner Default-Aktion. Wenn du links klickst, kommt sozusagen die Aktion. Okay. Das habe ich auch noch herausgefunden. Kälter Schwimmen ist ja besser. Dann sammeln wir erstmal ein bisschen Fiber hin. Dann können wir uns nämlich Fiber to the home machen. Es gibt keine Luftanzeige. Oh doch, man verliert Ausdauer. Oh, was habe ich denn jetzt? Das ist gar nicht schlecht zu sehen. Acht und... Okay, und man stirbt dann instant. Was war ich denn für eine Machete hier? Ach, man verliert den Satz. Gut. Ein... Stock... Was ist das? Scrap... Oh, verdammt, ich bin an der anderen Seite gespawnt. Äh... Lorden oder Süd? Auch wieder Süd. Süden, aber ganz rechts. Ja, dann... Versuch du rüber zu kommen und... Oder schaffst man das nicht? Und ich? Komm mal zur Mitte des Berges da, wenn das geht. Zur Mitte des Berges, ja, ich mache mich mal auch ein Weg. Also halt da am Strand. before. Suddudatudatudada. Ohp- Suddudatudatudatudu. Und du daddudatudaratudaraty. Squad. ja was möchtest du denn haben möchtest du ja kann ich das irgendwie splitten kann man dann nimmts halt nicht ja auch gar nicht Coup de Grasse was ist denn Coup de Grasse geht gar nix na gut dann äh das ist immer noch dunkel da gibt es sowas wie Lagerfeuer Campfire 10 Sticks die haben schon gleich viel Slingshot kann ich mitpasteln ich bastel mir mal Slingshot vielleicht streißt du es nicht brauchen wir noch Sticks und Viper da brauche ich da irgendwie Munition für mal gucken ok der Baum ist leer da vorne bist du oh was ist jetzt passiert hm oder muss das irgendwie hier ausrüsten da hab ich jetzt ne Slingshot schätze ich nicht so ah jetzt aber null Schuss da bastel ich mir den Schuss gar nicht Tag 3000 da sind erste Anzeichen einer Zivilisation jemand hat ein Loch man slidert am Boden weiter wenn man sich ausreißt ja dann legt sich so aufs Maul und rutscht komm ich denn da hoch? komm da nicht hoch dann ist sogar schneller versuch den Berg zu erklimmen scheitert ah ich rutsche komm ich denn der Nordseine ich bin auf der Südseine da wo jemand einen doch gewollt guck ich mal bspw ich bin auf der Nordseine der Nordseine ich bin auf der Südseine da wo jemand einen doch gewollt hm guck ich mal bspw hm voll Damage gibt wenn ich den ganzen Berg runter will oh da hinten ist Licht in die Richtung ist Licht da muss man gleich hin ok und das ist ungefähr hinter diesem kleinen Berg da ok und wenn ich jetzt hier runter rutsche bist du das da? ne ist da was? ich sehe nicht ob da was ist egal ich springe jetzt das ist das das ist das der Berg wenn ich jetzt hier dann kommt mal nach Norden also im Osten des Berges nach Norden und nicht rennen mal den Weg hoch und gucken was das da für ein Tunnel ist Oh, das ist der Ausdauer Oh, das war wirklich ein Tunnel Wo ist der denn? Ah, füllt nicht weit, füllt ein bisschen rein Und dann heute auch Wir müssen die Erze Prospekt verkoppert You have not discovered any signs of all Deswegen hat der wahrscheinlich auch nicht weiter gebuddelt Ich habe aber auf jeden Fall eben Licht gesehen Vielleicht war das auch nur die Sonne die aufgegangen ist Aber vielleicht auch nicht Aber der Fackel fliegt jetzt Das sind sehr schlechte Flammen Oh, das ist grauenhaft Die Sprites bleiben nicht mal auf der Fackel drauf Wenn du hier guckst, jetzt wo es hell ist, siehst du da nämlich eine Kirche oder sowas Genau da geradeaus so an den Bäumen vorbei Sieht man von oben noch ein bisschen besser Ich glaube mal, da haben die den Weg hingebaut Der hat sich ja gleich umbringt Oh, jetzt schreiben ja so viele Leute, hast du denn hier los? Why would you attack to beginn, weißt du? Wir werden jetzt bestimmt sterben und dann haben wir perfektes Ende Oh ja Ohne was geschafft zu haben, weil wir noch nie sie abgefunden haben Und deshalb keine Machete haben und ohne Machete hier gar nichts gehen Ich glaube, ich muss jetzt schon den Weg aus den Augen verloren, falls der Weg bis in die Stadt führt Aber die Richtung müsste noch stimmen, da hinten Aber die Richtung müsste noch stimmen, da hinten Nein, ich bin schon wieder abgefunden Das Aktionsmittel, das die ganze Zeit abfloppt, das war super Also ich glaube, es waren Häuser, vielleicht waren es auch nur komisch gefunden Haben wir das Scrap? Wir haben Scrap gefunden, GG Wie hebe ich das auf? Blacksmithing? Gather Copper Scraps, geil Endlich können wir irgendwas anfangen Okay, fangen wir mal ein bisschen davon auf Wer weiß, wie viel man davon braucht Ich bekomme die Lix Jetzt hast du auch das Scrap angezeigt? Äh Hast du die Regulationsmöglichkeiten oder musst du? Nicht, wenn ich rechte Klick gedrückt halte, habe ich Blacksmithing und dann äh Okay Und dann habe ich Gather Copper Scraps Das kostet aber auch Ausdauer Da musst du erstmal atmen Wo man darin sterben kann Na ja, muss erstmal reichen Ich kann mir auch gerade angucken, wo es ist Festlich vom Berg Werde ich nie wieder Ist das ja hinten jetzt eine Stadt Müssen wir jetzt mal gucken Das kann ich auch, aber ich habe nichts anderes, glaube ich Ich habe nichts gelootet Fishing Rod Wo war denn Machile? 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 Da 10 Scrap Ein Ast Und ein Weiber Farmer Track Aggressive Animals Oh ne War noch ein Baum, ne? Kommt da noch ein Baum? Nicht wirklich Mal kurz nochmal zu einem Baum Mit dem Ast abreißen Wie sieht das Clip auch in den Tast Was denn errichtet? You can make strong rope out of hair Tenders or different kinds of plants The strongest however is probably the kind you make of out of hair We poppen den aber Ding Wahrscheinlich weil man irgendein Level erreicht hat Weil hier XP auch voll ist Auf dem selber Naja, ich köfte mir jetzt mal eine Mach Hä? Wo hab ich denn keinen Ast bekommen Schiebung Nochmal Achso, weil das hier Das ist ein komischer Baum Glaube ich Hier gibt es keine Äste Hier gibt es irgendwie Sprouts oder noch Ich will doch nur einen Ast haben Wo kriege ich hier erst der? Achso, ich musste hier auf Engineering gehen Weil ich jetzt Farming so hoch habe Kriege ich hier irgendwelche anderen Sachen raus Jetzt müsste ich einen Ast haben Dann crafte ich mir mal eine Machete Ah, ich hab jetzt irgendwelche Setzlinge bekommen Yay, Machete Ups Das ist vielleicht gut gemacht, oder? Ne, doch nicht Machete Ich kann mir jetzt irgendwas machen, wenn ich ein Baum fällt Wann willst du eigentlich verloren jetzt? Äh, ich... Wenn du... Ne, ich sehe dich noch Wenn du links guckst Richtung Bäume Links 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 Ja, da oben bin ich Äh, wirklich? Sehen wir rechtsklick mal So, weil ich wahrscheinlich nicht angreifen darf Sondern so Rechtsklick Bilder Cutdown Oh, das sieht cool aus Da wollte ein Weilchen Und das ist die Ambition Klunk 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 Oh, bei mir hört er ein Handy zu Und die Audio ist absolut nicht synchron mit dem was er tut Ne Yay Inspect Object Schau mal wie der Baum fällt bitte Use the hardwood with 160 of 5600 durability Und jetzt? Pick up Und jetzt? Pick up Was steht denn da? 2 Minuten? Brauche ich 2 Minuten um das Buch zu heben? Ne Ne Hm Kann ich da mitmachen? Inspekten Hm Oder hält der noch auf? Schätzt hier irgendwas Quantity Quality Weight Und hier über Geld Das bauen wir anscheinend um ein Haus zu bauen Ja, aber ich kann kein Haus bauen Kannst du ein Haus bauen als Bild? Und dann muss man sich erstmal was geben Ah! Fällt Ich würde erstmal das Ding gerne mitnehmen Dann musst du rechts klicken Und dann Äh Ups Wenn du das Interaktionsmenü hast dann Achso der despaunt in 2 Minuten wahrscheinlich Und du Ach ne du bist der Owner Und dann kann ich wahrscheinlich drauf zu halten So Okay Und da hinten ist doch eine Stadt oder nicht? Zwischen den Bäumen Das sieht aus wie eine Stadt Ich geh mal kurz gucken Und lass mich umbringen Und dann können wir unsere eigene Stadt machen Nachdem ich geflüchtet bin Ich möchte nochmal gucken wie so eine Stadt aussieht Wenn Leute Geduld haben in dem Spiel Oder es wirklich gut finden sollen Oder es überhaupt eine Stadt ist Also von Weitem sah es aus wie eine Stadt Und hier sieht das auch aus wie so ein Schornstein Wie so eine Schmiede oder? Ist doch immer Wo siehst du das? Na hier, sah der aus Das hab ich schon vom Berg aus gesehen Glaub ich ja regenerieren Oh, das ist ne große Stadt Lass die Leute in so einem Spiel echt solche irgendwo dransetzen Gibt's in-game-voice? Äh, ich denke ja Halt schon mal deinen Fliehen-Knopf 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 Die haben sich hier automatisch geschützt oder was? Oh, hier haben die auch scrapped Darum haben die sich hier wahrscheinlich auch gebraucht Guck mal wie viel scrapped hier ist Guck mal wie viel scrapped hier ist Da ist einer Am Eingang des Riesenhauses Sogar zwei Plünder das Haus Plünder das Haus Plünder das Haus Ich kann's inspekten, aber ich kann's nicht machen, oder? Ich geb dir Deckung Noch stehen die dabei das Haus Ich sag dir, wenn wir loslaufen müssen Die haben die Kirchen-Glocke geläutet Oder Alarm oder so Alarm Da sind drei Leute auf einmal Könnte sein, dass die jetzt gleich kommen Oder die prügeln sich schon Rücken sie auch Schwerter, die aufeinander prallen sollen Vom Sound her, weiß ich nicht Ich schicke die Texturen, die spawnen Hier haben wir was drin Was ist das denn da für ein Sack? Ist das Loo? Da geht das nicht drauf Oder links baut er auch in der Stadt, oder? Wild Acribien Achso, hier sind wir gestorben Er wurde hier gemordet Ich inspiziere ihn Was war das? Tropen Was sieht das denn mal? Er hat nichts Wie lange es dauert, so ein riesen Gebäude zu bauen? Wollen wir uns auch mal versuchen, was eigenes zu bauen? Wir können jetzt unserem Scrap-Bag da hinten zu Wollen wir haben da hin? In Sicherheitsabstand Guck, da rechts hat auch schon Gerüste aufgestellt Oh, hier ist irgendwas aufgepoppt, aber einmal vor mir ein Gerüst Siehst du, wo der Hammer ist? Was soll das denn hier werden? Monument Sword Aha Oh, ich kann's deconstructen Removing this object will destroy it and this cannot be undone Destroying an object will delete all items Oh, krieg nichts zurückschneiden Oh, mein Hammer Guckst du gerade den Boden da rum? Ja Ich kann jetzt klicken, nicht demnächst zu machen Was ist das denn? Ich werde dich nicht Nein, dort ist noch nichts da rum Oh, da steht ja schon ein bisschen was Small Smelter Eigentlich ist es wirklich nur der Smelter, der Rest muss das gebaut werden Wenn ich laufe, der wird im Zeitlupe Krass Kann man den da smelten? Kann man denn da smelten? Kann der Scrap smelten? Nee Oder? Nee Da kann man auch erstmal irgendwie anheizen Ja, davon ist er im Obst gehalten Aber ich kann wirklich nicht verlaufen Du need fuel to start Oh, man kann die Copper Ingots machen aus Ach, finde ich zu schwer Und das Copper Ohr Die passt mir jetzt erstmal mit Pick Oh, da sind ganz viele Orangen Und eine Schoppel Ich bin immer noch nicht sicher, ob das eben was viel ist Geht das einfach so? Ach, das Krülle ist wirklich hungrig Tja, dann besorg uns noch was zu essen, Farmer Boy Ich muss ja nur forschen auf das Hier sind auch Felder aus oder wo? Oder? Da sind auch Felder Farmer plant potatoes Hab ich das jetzt getan? Oder hab ich gar keine? Ich weiß es nicht Farmer planten Mädel Ah, jetzt Ich habe keine Ja Ah, daicio Ok, aber Ich habe nichts ...... Dün-dün-dün-dün Dün-dün-dün Dün-dün-dün Dün-dün-dün-dün Dün-dün-dün-dün Haben wir uns eine Schraube überlegt? Oh nein, das soll ich aufgeben Aber eine Machade Das bringe ich trotzdem auf Hab ich die Tür abdäwischt? Du hast nochmal Coop drüber gebeit Ich kann dich nicht umbringen, wenn du dich hier gibst. Warte? Dann schaufel ich dich jetzt. Ich kann dich nicht. Aber jetzt, oder? Ah, er will dich umbringen! Ah! Glocke! Okay, dann kommt noch gar nichts. Oua! Kriegst du zurück! Aua, ich bin so viel Sponsor. Kann ich jetzt hier ein Loch buddeln? Oder muss ich eigentlich die Waffe wieder wegbringen? Und dann... Pilt... Dick Tunnel, Dick Tunnel, Waste Ground Level... Pilt... Kann man denn pilden? Wow! Ach, hier sieht man dann, was er schon hier bauen wollte, oder? Da ist hier schon so ein riesen Ding passiert. Ne, ich glaub das ist immer da das riesen Ding. Ne, das ist wahrscheinlich das Gerüst, oder? Dieses riesige Gerüst, was hier war. Wollt ihr das Haupthaus oder so? Carpenters Table... Ne Menschen! Bild... Bilder... Level... Level 70... Brauchen wir dafür, oder? Ich kann keine Sachen aus dem Tag trocken. Ein Bridge... Haben wir hier sowas wie ein Carpenters Table? Was steht denn hier überhaupt? Smithy! Ah, hier so ein Carpenters Table hin. Darüber braucht man einen Hammer. Sowas hast du. Das ist dein schon. Kann man auch mal. Oder mal die Sachen zu Ende. Warum ist das denn immer inspektiert? Was braucht man denn alles? Äh... Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber die brauchen sogar... Wie kann das denn? Vier Kupfer. Ein... Äh... Simple Part. Zwei Edge-Board ist immer geil, ich sehe. Hm. Ich habe keine Ahnung. Auch noch. Irgendwas davon bekommen. Sicher nicht. Ich buddel jetzt hier ein Loch. Und eins. Und zwei. Eins. Und zwei. Krass. Ist ein bisschen klauert. Wollen wir denn noch die Leute da raiden in der Base? Das können wir noch tun. Warte. Ich bin noch am Tunnel buddel. Was? Warum nicht nur eine PX-Ausrüsten für den Tunnel? Das geht nicht mit einer Schauweine. Kann ich auch einen schnell sagen, wo ich automatisch mache. Warte. Ich jogg dir mal rein. Wenn man noch rauscht. Äh... Dicke Tunnel. Dicke Dicke Hool. Guck mal, ist das nicht krass? Kann ich den weiterführen? Ja, ich habe auch schon fallen lassen. Warte. Ich buddel gerade. Ja. Wollte den tiefer machen. Aber irgendwie... Vielleicht geht das nicht gerade runter. Hm. Scheint so. Wo warst du auch da hinten? Da hinten? Hm. Warum bin ich denn jetzt auch so schwer? Hops. War wieder das Falsche. Wollte nicht inspectern. Warum ist das denn noch Standardaktion? Wer will denn inspecten, die viel da so wiegt oder so? Hat hab ich es nochmal gemacht. Hä, ich kann doch nur inspecten. Achso, weil es dir noch gehört. Zwei Minuten lang. Ja, ich kann doch. Wollte wirklich... Das Tolle hat sich darauf gelacht. Wollte ich mit dir direkt trainen oder so? Das geht nicht. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Wie hast du das? Das. Da ist doch jetzt. So, warte. Hops. Jetzt so. Äh. Räder. Ne, warte. Ich hab doch keine Worte. Ich denke, ich mache jetzt. Ich glaube, wo den Wege bleibt. Und jetzt? Jetzt habe ich noch Räder. Okay. Können wir vom Waldhaus entscheiden. So dann wegschneller, kann das sein? Nein, wir nicht. Vielleicht wird es schneller, wenn man die Waffe wegsteckt. Na, jetzt mal sprinten. Oh, da kommt er noch. Wo bist du denn? Bist du in den Wald gerannt? Ja, in den Wald. Check ich hier erstmal. Ich sehe dich immer nicht. Ich bin irgendwo im Wald. Ich dachte, dass wir alle wissen. Ich denke, es ist ein bisschen schon nicht traurig. Oh, hier ist eine Quark. Okay, nichts drin schafft. Kann ich durch so eine Mauer hacken? Oh. Da sind wir noch. Irgendwas. Irgendwas. Klum. Kann man den überfallen? Warum ist denn meine Machete schon wieder weg? Wie still ist das? Jetzt habe ich sie wieder. Ich gehe wieder rein. Klum. Klum. Ich sprintet ja nicht so richtig, wenn man die Machete draußen hat. Da links läuft einer. Ich glaube, er hat nichts gesehen. Er hat doch schon eine Rüstung, oder? Er hat doch schon eine Rüstung, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Klum. Okay, kann man jetzt mitmachen. Mit Campfire. Aber wir könnten die aushalten. Das ist fies. Das ist fies, wenn man sich schon für so ein Spiel dedikatert. Was ist das denn? Wir schauen uns nur um. Was in diesem Spiel so macht. Wir haben echt viele Ressourcen. Die haben echt viele Ressourcen. Die Fenstower. In dem man nicht reinkommt, hat auch echt viele Ressourcen. Ein bisschen Grab oder sowas, ja. Tombstone. Was haben die da alles zu zeigen? Loot Tombstone. Da hat nichts mehr. Da ist ja auch ein Beutel. Hier ist richtig viel Altymiezeug so auf dem Boden. Was ist das? Flagellum. Da sind irgendwelche Säcke mit Runen drauf. Keine Ahnung was das ist. Ich nehme mal eine. Aber nur eine. Ohne. 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 Wir wollen denn noch gucken. Und uns umbringen lassen. Ohne. Die sind da. Hallo. Kann man irgendwie. Anniere. Kann man irgendwie Animationen. Ich kann mich hinsetzen Ich bin in das Hauptraschwein Oh nein, du wirst es aber nicht hinsetzen Jetzt habe ich nicht gewusst Bist du schon angegriffen? Hi Surrender Der eine wurde gerade geköpscht oder so Weißt du oder? Nee, der wurde von dem Hammer gesmasht oder? Das war eine klasse Engel Ich schau mich mal in den Augen Ich guck mich hier oben Was ist das denn hier cool? Ist das ein Ofen oder? Nee, Lift, cool Kontrollen zu Lift Auf nach oben Hui Ich bin oben Jetzt springe ich hier aus dem Haus Hui Aua, ich bin gefallen Ich meine, so an Sicht vom Content sieht das ja jetzt nicht so scheiße aus, ne? Aber wo spielen wir das? Das kann schon irgendwann mal irgendwas werden vielleicht Ja Great Foundry Guck mal hier gibt es so Tracks und sowas Guck mal, dass ich irgendwie so einen Minenschacht pullen kann oder? Bevor das irgendwie auch nur interessant wird, wenn man spielt, ich glaube das dauert noch ein paar Jahre Ja 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 Das sieht ganz gut aus Das sieht ganz gut aus Was, da wird man einfach regeportet Okay Wollen wir die Türke mal angreifen? Ich denke, wir werden weiterspielen oder spielen endlich nochmal Das ist richtig Ich ergebe mich Aaaaah Guck jetzt so wie du verlierst Ich kann mich irgendwie titten Ja, weil die das hitten war irgendwie ganz komisch Okay, ich helfe dir Ich steche ihm in den Rücken Oh nein, er hat mich erwischt Guck mal schauen Der weiß wahrscheinlich wohin man hinten Aber er hat mich Welcher von denen bist du denn nicht? Bist du der rothaarig oder der andere? Ich bin der nicht eigentlich Achso, der Ich glaube ich werde gerne Ich glaube ich habe ihn einmal erwischt Auf den da hinten Von mir Bro Sickest one on one Ja, ich habe ihn wieder gehitert Ah, der andere sticht auch nach ihm Oh nein, er ist tot Aha Jetzt steche ich dich ab Ich tue so, als ob ich ihm helfen würde Aha Das kommt jetzt Jetzt stehe ich einfach nur rum Jetzt haue ich ja einfach wild durch die Gegend Ah, ich habe keine Ausdauer mehr Ich habe keine Ausdauer mehr Ich habe keine Ausdauer mehr Ich hocke einfach da und muss Luft holen Aber jetzt bin ich tot Ich stehe doch einfach da Ne, bei mir lag es so sogar Aber jetzt kann ich auch nichts mehr machen Ja, du stehst den auch bei mir Ja, du stehst den auch bei mir Stimmt Ich war nur bewusstlos oder so Tja, das war Ich weiß nicht mehr mal Ich weiß nicht mehr mal Fazit, der Ladescreen ist das beste in dem Spiel Tja, das stimmt, der sieht schon ganz cool aus Also so Concept Art ist nicht schlecht Stimmt auch das Intro war ganz nett Auch wenn die Story absolut Stimmt, das habe ich glaube ich gar nicht gezeigt Aber das ist so von Bart's Seite, okay Man hat so eine Comic-Zeichnung Fazit, wer sowas spielen will Spielt wahrscheinlich lieber Life is Feud Oder irgendwas anderes Oder Rust Ja Oder Corn in Excellence Ja, sogar das ist besser Das ist besser Ja, das ist besser Ja, das ist besser